Wenn du eine Million Euro im Jahr verdienst, bist du schon ultra krass. Eine Zehntel sind oft 15 Positionen, 10 bis 15 Positionen. Das allergrößte Ziel wäre natürlich in einem Auto, wo ich mit ausgeschaltetem Motor drin gesessen bin, mal mit angeschaltetem Motor drin gesessen würde. Möchtest du dich mit Tim Heinemann anlegen? Ich möchte dich mit Tim Heinemann anlegen. Vor allem allein wegen dieser Talentfrage, da wird schon jeder unten kommentieren. Moins in YouTube, willkommen zu einer neuen Folge vom Dizzy Cars. Wir haben heute mal wieder einen fantastischen Gast. Nachdem wir ja die letzten paar Wochen schon sehr, sehr gute Gäste hatten, haben wir jetzt einen richtig guten Gast. Denn wir haben den jungen, aufstrebenden Noah Eder heute zu Gast. Moin Noah. Moin. Grüße. Wir machen das jetzt mal kurz und knapp. Da draußen wird es bestimmt noch den einen oder anderen geben, der dich noch nicht kennt, Noah. Vielleicht magst du mal in zwei, drei, vier, fünf Sätzen die Leute abholen, wer du denn bist. Damit die das gleich mal so auf dem Schirm haben und wissen, wer da sitzt. Ja, ich bin Noah Eder, komme aus dem wunderschönen Bayern. Mittlerweile 20 Jahre alt und betreibe Simracing im E-Sports-Bereich. Gestartet im eher Hobby-Bereich. Seit Oktober mache ich das Ganze jetzt Vollzeit. Mit YouTube noch nebendran. Wenn man mal deinen Kanal überfliegt bei YouTube, findet man dort ne sehr schöne Dokumentation, die du ja über dich selber gemacht hast. Was ich übrigens fantastisch finde, Noah, dass du das gemacht hast. Ich hab die mit Genuss geguckt. Und man konnte ja sehen, dass du früher Kart gefahren bist. Was ist denn aus dieser Kart-Fahr-Geschichte geworden? Äh, ja, relativ wenig. Also Kart-Fahren ist eigentlich gar nicht mehr, seitdem es Simracing gibt. Das ist für mich ein extrem geiler Ersatz, mit dem man, sag ich mal, sehr viel Spaß haben kann. Aber natürlich nicht ansatzweise das kostet, was halt der Motorsport einfach kostet. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum man das dann auch irgendwann abgeblasen hat. Weil, ja, also man muss einfach sechsstellig mittlerweile hinlegen im Jahr, damit du Kart noch auf dem professionellen Niveau betreiben kannst, sag ich mal. Und deswegen nach ungefähr acht, neun Jahren sehr schöner Kart-Zeit, wo ich mich auch gerne zurückerinnere, ja, ist das aber jetzt alles nicht mehr. Und jetzt ist Simracing da. Also hat Simracing jetzt für dich mittlerweile alles komplett ersetzt, sozusagen? Ja, also, sag ich mal, nicht, dass ich es komplett wollen würde. Also klar würde ich noch extrem gerne im Kart sitzen. Aber ich muss sagen, Simracing ist schon so ein gutes Nikotin-Pflaster, sag ich mal. Also es gibt mir schon viel zurück, was mir Kart halt damals auch gegeben hat. Klar, Real-Life-Racing immer was anderes. Und ich würde nach wie vor unbeschreiblich gerne wieder Real-Life-Racing betreiben. Aber es ist natürlich, irgendwann macht es halt keinen Sinn, jedes Jahr so viel Geld auszugeben für das, dass man eigentlich nichts hat. Weil dafür, dass ich irgendwie noch Geld damit verdienen könnte irgendwann, so da bin ich einfach schon viel zu alt und so dafür. Deswegen ist das Simracing ganz gut, weil ich es halt auch, ja, mittlerweile kann ich auch Geld damit verdienen, weil ich es halt logischerweise auch Fulltime mache. Und deswegen ist es ganz krass, was sich da für Optionen dann ergeben haben. Aber du bist selber zwischenzeitlich immer noch mal im Kart unterwegs, wenn man so sein Instagram verfolgt, oder? So ganz in Ruhe gelassen hatte ich das noch nicht. Ja, ich war letztens erst, habe ich auch ein Video darüber gemacht, war ich in Wackersdorf, durfte da mal wieder Kart fahren. Komplett ohne Druck, ohne irgendwas. Einfach nur ein bisschen reingegangen, ein bisschen gefahren. Man hat dann nach fünf Runden, also war ich halt schon wieder komplett tot. Weil das, also Kart fahren ist physisch so anstrengend, das glaubt man wahrscheinlich gar nicht. Eben wie das hier in den Händen, Unterarm und vor allem halt im Nacken, wie du es da ziehst, das ist wirklich extrem. Aber genau, da habe ich es mehr so aus YouTube-Gründen, sag ich mal, durfte ich da so fahren und bin ich halt da gefahren. Hat sauviel Spaß gemacht, keine Frage. Ja, also war auf jeden Fall eine geile Experience mal wieder so zu haben, nach ungefähr drei Jahren oder sowas. Deswegen, das war schon, war schon Zeitl her. Ja, wenn man sich die Dokumentation von dir anschaut, dann ist das, zu Corona-Zeiten hast du aufgehört, ne? Das Kart an die Wand zu hängen. Genau, genau so 21, Ende 20, Anfang 21, sowas rum ungefähr, ja. Aber dann hast du ja auch in einem wirklich sehr kleinen Zeitraum schon sehr viel erreicht im Simracing, wenn man sich das jetzt mal betrachtet. In drei Jahren zu einem, ja, Pro-Fahrer zu entwickeln, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, oder? Ja, das stimmt, das ist alles sehr schnell gegangen. Vor allem, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, dann, ähm, es ist schon krass, was da, also da hat einfach viel gepasst. Ähm, viel war einfach nur zur, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Aber so wirklich angefangen, also mein ersten Rechner, ich hatte ja nie einen Rechner, ich war immer Playstation-Mann. Oh. Ich hatte nie einen Rechner und meinen allerersten Rechner hatte ich dann September 21 und das war auch da, wo ich mich dann in LFM angemeldet hab und da, sag ich mal, hab ich da mit Simracing gestartet, so das davor G29 mit Formel 1 oder sowas. Weiß nicht, das ist belieblich jetzt noch nicht so ganzes Simracing. Ähm, so September 21 hat's dann wirklich gestartet, jetzt haben wir Juni 24. Das heißt, ja, bald sind's dann drei Jahre. Was eigentlich schon ein kleiner Zeitraum ist, deswegen ist schon, ist schon krass. Aber, ja, mittlerweile ist schon einiges zusammengekommen, das stimmt. Naja, also. Aber ich glaub auch viel, viel mit der Kart-Erfahrung, also viel, also es bringt schon echt viel, muss man sagen. Also, dass man da mal im Kart saß, weiß, wie man vier Reifen so zu bewegen hat. So, das kann man schon ein bisschen aufs Simracing dann auch anwenden. Also merkst du das denn jetzt auch, wenn du nochmal Kart fahren gehst, bist du so durch die zweieinhalb Jahre Erfahrung jetzt mitgenommen hast auf die reale Rennstrecke? Also hat sich da auch was verbessert, bis auf deine, ich sag mal, körperliche Verfassung? Die deutlich schlechter geworden ist. Das hab ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Ähm, da hat, also nee, ich kann nicht so viel mitnehmen. Einfach weil Schaltkarte einfach ein ganz anderes Fahren ist. Das ist sehr spitz, sehr, sehr durch die Kurbel reinwerfen und wieder schnell raus, so einfach. Und GT3-Fan ist ja sehr rund und sehr sauber, wo man da fahren muss. Deswegen, das sind schon zwei verschiedene Techniken, sag ich mal. Ja, ich verstehe mehr, was ich einfach am Setup ändern muss. So, das ist krass. So, ich hab einfach durch ACC, hab ich mir so viel Setup-Wissen angeeignet, dass ich auch viel mehr einfach verstehe, was Untersteuern, Übersteuern ist, wie ich das behebe. So, klar, vorher wusste ich's auch, aber jetzt ist es nochmal schon ein ganzes anderes geworden. So, das ist krass, was ich dem Mechaniker dann einfach für Feedback geben kann, so viel Detaillierteres. Aber jetzt allein von der Fahrweise, dass ich sage, okay, ich kann jetzt besser fahren oder so, das natürlich nicht. Also, das kann ich vom Simracing nicht anwenden. Okay, aber naja, gut, du hast ja, du gehst ja nur auch nicht auf Rennstrecken, die bekannt sind, die du täglich fährst, demnach. Also, das ist ja immer so, das größte Ding, was angebracht wird, dass man die Streckenkenntnis hat. Ja, aber das sind halt immer andere Strecken. Also, man fährt auch mal Oschersleben oder Spa oder Le Mans oder sowas, aber das sind natürlich dann Kartstrecken neben der Strecke, die wir jetzt kennen aus den Simulationen. Ja, es wäre schon interessant, O Rouge mit einem Kart zu fahren, oder? Ich wüsste auch gar nicht, aber müsste wahrscheinlich auch flat gehen, also easy. Was fährt denn so ein Kart? Also, das kommt immer ganz auf die Strecke an. Es gibt Strecken, zum Beispiel in Mülsen ist es, das ist da bei Sachsen, das hat so eine urlange Gerade. Da übersetzt du das Kart natürlich dann auch anders. Und dann hast du hinten raus, hast du schon deine knappen 160, also 155, 158, irgendwie sowas. Das ist was Insanes, vor allem. Du kommst da an, dann musst du sogar noch so ein bisschen nach rechts lenken und dann, sobald das Kart eigentlich gerade steht, musst du schon bremsen, aber bis in den zweiten Gang runter. Also, das ist wie gefühlt Monster T1, nur mit einer Kurve davor. Also, das ist wirklich, ist schon krass, wie das Kart dann hinten so ein bisschen leichter wird und so. Aber zum Beispiel Wackersdorf, wo, sag ich mal, so eine normalere Strecke ist, also nicht mit einer urlangen Geradene, da hast du so 100, zwischen 135 und 140 drauf. Das sind so die meisten Rennstrecken. Was aber so viel über dem Boden, ne, halt schon extrem schnell ist. Also, du sitzt ja draußen, das ist so, du sitzt so mittendrin, so in dem Auto oder sowas, da bist du ja so abgeschirmt, da fühlt sich das alles langsam an. Du fährst zwar vielleicht 260, aber du fährst 10 Sekunden lang oder 20 Sekunden lang, teilweise 260. Und im Kart ist das nie so. Also, du fährst maximal mal 5, 6 Sekunden lang, so schnell, und dann ist schon wieder zweiter Gang und musst schon wieder was anderes machen. Also, das ist so mittendrin. Es ist, Kartfahren ist quasi wie Aladin auf dem motorisierten Teppich. So ungefähr. Also, das ist krass. Auch viele GT3-Fahrer, wo dann erzählen, so, ja, so, dass Kartfahren einfach so das, das Intensivste, sag ich mal, ist so der intensivste Motorsport fast schon, weil das halt einfach alles so schnell geht und das ist schon krass. Also, Kartfahren ist schon was anderes. Vor allem Rennkart-Schalter, also, das ist dann nochmal, ja. Aber da schaltest du nicht am sequentiell, sondern du hast wirklich Knüppel, ja? Ja, also, es gibt Leute, die schalten sequentiell, die bauen sich das aber, sag ich mal, selber. Und das ist einfach nur für die Leute, wo, sag ich mal, das einfach motorisch nicht ganz hinkriegen, weil du fährst halt oft einfach mit einer Hand, so. Das ist einfach so. Und die machen sich dann sequentiell, aber in den ganzen großen Rennen, in den FIA-Rennen, also von der FIA, da ist das nicht erlaubt. Da musst du mit quasi einem Schalthebel fahren. Dann hast du quasi einen Schalthebel, so rechts, neben, hinter deinem Lenkrad so ein bisschen. Und, ja, dann wie beim Motorrad, dann machst du nach vorne, machst du deinen ersten Gang und dann immer zwei, drei, vier, fünf, sechs und halt so wieder runter. Und es ist halt dann schon oft so, dass du, sag ich mal, anbremsen tust, du möglichst immer mit zwei Händen, aber durch die Kurve fahren natürlich dann auch. Aber beim Rausbeschleunigen, vor allem, wenn danach eine Kurve kommt, da fährst du schon oft dann mit einer Hand durch. Und das musst du motorisch halt schon auch hinkriegen. Also, das ist nicht ohne. Vor allem dann auch die Kraft zu haben und so. Und vor allem dann auch noch sauber am Lenkrad zu sein. Weil wenn ich hier im GT3 mal so lenke, dann passiert relativ wenig. Aber wenn ich im Kart so lenke, dann, wumm, fährt das Kart dahin. Ja, ist halt eine andere Lenkübersetzung, ne? Ja, das ist komplett, das ist halt direkt, das ist halt ohne, logischerweise ohne Servolenkung oder sowas. Ja gut, das geht dann schon gut auf die Arme, da musst du schon ein bisschen ackern. Da kriegst du bestimmt stabile Unterarme. Haben wir Kartfahrer zufällig bei den Zusehen? Können wir mal eure Unterarme sehen? Ich möchte mal Unterarmvergleich machen. Ja, glaube ich. Also, das sind doch bestimmt richtige Stelzen dann, die Unterarme von den Fahrern. Ja. Wenn da nichts drin ist. Aber vor allem die Fahrer, die sind ja wirklich so. Also, da bin ja, ich bin ja fast schon dick so. Die sind ja wirklich, das sind, das sind ja keine Männer fast schon. Das sind ja wirklich bestenfalls 1,70 mit 65 Kilo und let's go so. Also, da denkst du auch nicht. Du bist ja sehr hoch gewachsen jetzt, ne? Wie groß bist du? Ungefähr 1, ohne Schuhe 1,95. Also, so eine lange Schlagselstange. Ja, ja, komplett. Also, sag mal, alles abgesehen vom Kart-Sport jetzt an sich, bin ich sehr glücklich, so groß zu sein, aber im Kart wünschst du natürlich 1,70 zu sein, weil das einfach ein riesiger Vorteil ist, aber beispielsweise im GT3-Sport oder so ist das halt völlig egal, wie groß du bist, wie schwer du bist. Das ist halt irgendwie was anderes. Ja, im Formel-Bereich ist natürlich dann wieder, da darfst du auch, ich hab mal gehört, einer ist Formel 4 gefahren oder Formel 3 oder sowas. Und der musste, der hat Schuhgröße 43 und der musste aber 42er Schuhe anziehen, da wo seine Zehen dann sogar so ein bisschen gekroppt waren, sag ich mal, weil das ansonsten oben, wenn hier so dein Fuß aufliegt, dann gehst du oben an. Das heißt, der musste wirklich 42er Schuhe tragen. Seine Füße haben extrem wehgetan, aber anders konnte er nicht fahren. Und das ist halt, das ist halt insane. Ich weiß nicht, wie es in Formel 1 ist, aber vor allem in den kleineren Klassen ist das schon teilweise wirklich extrem. Naja, wie heißt das immer so schön, wer schön sein will, muss leiden, aber hier könnte man dann sagen, wer schnell sein will, muss leiden, schreib mal. So ungefähr, oder wer überhaupt fahren will, muss leiden. Naja gut, das machst du ja so oder so, ne, also die körperliche Verfassung zu haben dazu, bedarf ja auch ein bisschen Arbeit. Ja, völlig. Also, was so dafür, da bist du die ganze Zeit am Laufen, eigentlich Laufen, Gym, Sauna, Laufen, Gym, Sauna, aber halt nicht Gym auf Kraft, so auf Pumpen, beziehungsweise auf solche Oberarme, sondern wirklich nur, dass du so austrainiert und dass die Muskeln halt wirklich, die müssen nicht dick sein, bestenfalls nicht dick sein, sondern einfach nur halt ziemlich durchtrainiert, dass du echt viel Kraft hast. Ja. Weil solche Rennen gehen teilweise auch, sagen wir mal so zwischen 20 und 30 Runden teilweise, sagen wir mal so 25 Minuten, ne, und das ist, also das ist unvorstellbar, dass du da überhaupt mal an den Punkt hinkommst, dass du überhaupt diese 25 Runden fahren kannst und dann halt auch noch schnell und konstant. Und die Zeitabstände sind dann nochmal was anderes, das ist ja ähnlich wie im E-Sport, sag ich mal, also dass du wirklich, drei Zehntel sind oft das ganze Feld, also dass du, ja, eine Zehntel sind oft 15 Positionen, 10 bis 15 Positionen. Okay, das ist ja schon wild. Ja. Und das hast du jetzt eingetauscht gegen E-Sports in ACC und da hast du das jetzt auch, nur nicht so körperliche Anstrengung. Ich meine, ihr bewegt... Nicht ganz so körperlich anstrengend. Ja gut, aber ihr bewegt euch ja nun mittlerweile auch in Feldern, die sich in einer halben Sekunde bewegen, so die... Ja, auf jeden Fall. Also vor allem jetzt bald mit der SO, also da wird man durch das spezielle BOP-Format, sag ich mal, wird man das jetzt vielleicht nicht ganz so sehen, aber man kennt die SO oder Pro Series Abstände, vor allem auf kurzen Strecken wie Donington oder sowas, das ist... Also wenn dir da mal eine Zehntel fehlt, dann bist du meistens nicht in den Top Ten. Freust du dich schon drauf? Auf SO? Ja. Ja, also mit einem Auge voll, mit dem anderen nicht so, weil es wird natürlich extrem viel Arbeit, harte Arbeit, das ärgste Geschwitze, aber andererseits ist es ja genau das, was man will. Diese Schwitzerei auf allerhöchstem Niveau, dieses Messen mit den besten Fahrern in ACC, das ist ja das, was man am Ende des Tages schon auch ein bisschen will. Aber ich kann auch sagen, die Vorbereitung, dass du jeden Tag vier, fünf, sechs Stunden einfach nur alleine hotlapsst oder sowas, das macht dann irgendwann gar nicht mal mehr so viel Spaß. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Also das ist krass. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, weil, also ihr spult ja jetzt im E-Sports, gerade du hast das ja auch erwähnt, sehr krasses Programm runter. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie das aussieht bei Fahrern aus dem realen Leben? Weil die haben ja nicht mal ansatzweise so viel Möglichkeiten, so viel zu fahren. Ja, das ist, das ist, das habe ich auch im Kart gemerkt, das ist ganz was anderes. Das ist auch, finde ich, was Simracing, E-Sport vom Real-Life-Racing am krassesten unterscheidet. Das ist eine viel krassere Perfektion einfach. Muss man einfach so sagen, so vor allem, wo ich jetzt letztes Wochenende auf dem 24er war. Da gibt es halt auch einfach mal Autos, die verbremsen sich einfach mal T1, verpassen den Apex in T2 und verlieren da, sagen wir mal eine halbe Sekunde, was so komplett fein ist und keiner spricht es überhaupt an. Aber im E-Sports siehst du das halt nicht. Und wenn du das siehst, dann ist es halt ein fataler Fehler. Es ist alles vielmehr auf Perfektion, jeder Bremspunkt wird genählt, jede Runde am besten Fall so innerhalb von zwei Zehnteln. Also das ist, du hast halt einfach unendlich viel Trainingszeit, unendlich viele Reifensätze, viel Sprit und wenn sich das andere Fahrer zunutze machen, dann musst es dir, du, auch zunutze machen, weil ich sage mal, das Talent ist bei den ganzen Jungs, sage ich mal, ziemlich ähnlich. Wer halt dann vorne steht, hat halt meistens dann einfach ein gutes Stück mehr trainiert, muss man einfach so sagen. Oder er ist talentierter? Gibt es sowas auch, dass Leute wirklich, also ich meine, du bist mehr, also tiefer in der Szene drin und kennst ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Gibt es Leute, die wirklich talentierter sind? Ja, ist ein dehnbarer Begriff, sage ich mal, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die mit weniger Training mehr erreichen, so das gibt es einfach. Oft kann man das aber auch nicht ganz so ernst nehmen, oft ist das viel Geschwafel, so mäßig, ja, wir haben gar nicht trainiert und fahren da vorne mit, so mäßig, so, das ist halt dann, ja, das sagen die Leute, was aber gar nicht stimmt, einfach schlichtweg. Aber ich sage mal, um auf diesem Niveau einfach mitzufahren, ganz ohne Talent geht es einfach nicht, weil ich sage mal, so auf drei, vier, fünf Zehntel kann man sich rankämpfen, einfach mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Sacrifice, sage ich mal, aber ab einem gewissen Punkt, da brauchst du einfach dann auch ein kleines Quäntchen Talent, weil das ansonsten irgendwann nicht mehr geht, aber klar, es gibt Leute, die schon extrem, extrem gut sind, da wo du schon sagst, ja, okay, also so die allerletzte Zehntel, die dann McCormick oder sowas noch findet, die findest du dann einfach nicht und das kann natürlich Talent sein, das kann Training sein, aber es kann natürlich auch einfach nur Wissen sein, was die vielleicht dann ein bisschen mehr haben. Ja. Wo würdest du dich denn einsortieren, auf einer Skala von 1 bis 10 mit deinem Talent? Boah, das will ich nicht, also, schätze dich mal ehrlich ein. Das kannst du nicht sagen. Na wieso, du kannst doch sagen, ob du jetzt super viel arbeitest oder ob das so eine gute Waage ist, du musst ja jetzt nicht übertreiben und sagen, oh, ich habe eine 9 von 10, sondern wirklich mal eine realistische Einschätzung, würde mich mal interessieren. Ja, es ist schon so, dass ich, bei mir ist es meistens so, ich komme relativ schnell auf eine gewisse Pace, so. Die gewisse Pace ist, sage ich mal, eine halbe Sekunde weg von den McCormick-Zeiten, so sage ich mal. Und dann, dass ich noch näher an die Zeit rankomme, da braucht es dann bei mir schon extrem viel Training. Also, da muss ich dann schon wirklich echt viel reinschwitzen und sowas. Wo ich jetzt finde, zum Beispiel bei Marco ist es zum Beispiel so, da habe ich zumindest das Gefühl, er passt sich teilweise dann schneller darauf an und findet vielleicht dann schneller eine noch bessere Pace als eine halbe Sekunde so. Ab irgendeinem gewissen Punkt sind wir dann gleich und dann brauchen wir einfach beide noch mal viel mehr Training. Aber deswegen, ich kann es echt schwer einschätzen, weil du halt einfach auch nicht weißt, wie viel die anderen trainieren. Du kannst nie sagen, wie viel die anderen trainieren. Würde ich wissen, wie viel die anderen trainieren. Dann kann ich sagen, ja, okay, der hat mehr Talent als ich, weil er einfach schneller ist und wir haben gleich viel trainiert. Aber das kannst du halt nie sagen. Aber ich würde schon sagen, so ein, ja, nee, ich will mich da echt nicht, ich kann mich da gar nicht einkategorisieren. Also, das sollen gerne die Zuschauer in den Kommentaren da unten machen. Dann werde ich erst gerostet. Also, die Leute, die Noah eventuell kennen, wo würdet ihr Noah sehen, was sein Talent angeht? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo von 10 einfach super talentiert ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also, ich selber würde ich jetzt, darf ich dich einschätzen? Ja, gerne. Ich würde sagen, bei dir ist das wirklich eine stabile 5, weil wenn du jetzt sagst, dir fehlt eine halbe Sekunde und du musst dann viel arbeiten und trainieren, würde ich sagen, 5 Talent, 5 Training. Also, gute Mischung, so 50-50. Ja, eine halbe Sekunde, also ich meine jetzt nicht eine halbe Sekunde Off-Pace, was du zum Beispiel in einem Daily siehst, sondern wirklich eine halbe Sekunde zu, wirklich McCormick so. Ja. Und das ist eine andere halbe Sekunde. Also, deswegen, wenn man da mal zwei, drei Zehntel hinter so einem McCormick ist, dann ist das, ja, das ist, ja, das kann man schlecht ausdrücken. Das muss man einfach mal selber gespürt haben, was das für, was das für extreme Zeiten sind und dann ist das Gefühl nur, ja, hier einen halben kmh schneller durchfahren und dann gewinnst du da und da noch so viel Zeit. Also, das ist am Ende des Tages auch, wer trifft's gerade in dem Quali zu dieser Zeit, wer kriegt die Runde zusammen? Weil ich sage, es können bestimmt 25 Leute können sehr weit vorne stehen, aber dann ist die Frage, wer trifft's gerade eben? Und deswegen kann man das echt schwierig sagen. Sehr schwierig. Wie komfortabel fühlst du dich, wenn du in so ein Rennen reingehst, wenn du das mal so Revue passieren lässt, dass du es genau in dem Moment triffst? Kommt ganz auf die Strecke an, tatsächlich. Eigentlich fühle ich mich schon immer sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Also eigentlich gehe ich meist schon sehr selbstbewusst in so ein Rennen rein. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel ich trainiert habe. Zum Beispiel für SAO, wo ich schon ziemlich viel trainiert habe, da gehe ich dann nochmal wahrscheinlich einen Ticken selbstbewusst da rein, weil du einfach, ja, die Chance, dass du eine Runde nicht triffst, wird einfach immer geringer, je mehr du trainierst, logischerweise. Und, ja, deswegen, es gibt natürlich auch so Pro Series Rennen, wo du dich fast gar nicht vorbereitet hast und dann bist du natürlich nicht ganz so konfident. Oh, oh, das hört der Teamchef eisiger Wind durch den Vertrag gerade. Oh, no! Nee, nee, das ist... Manchmal geht's ja auch nicht anders, zum Beispiel manchmal, ja, manchmal hat man, also andere Sachen oder sowas und manchmal liegt der Fokus einfach woanders, wie zum Beispiel jetzt in dieser Woche, so. Also, das Team will ja auch, dass man sich viel mehr auf SAO fokussiert, als wir zum Beispiel auf Pro Series, so. Ich fahre zwar Pro Series dann trotzdem immer mit, aber natürlich nicht mit dem Training, als wie wenn kein SAO anstehen würde. So soll auch so sein und ist ja auch gut, dass es so ist, weil da ist SAO einfach deutlich wichtiger. Wie ist denn so dein persönliches Ranking deiner Lieblingsstrecken? Gib mir mal deine Top 3, weil du ja gesagt hast, dass das sehr abhängig ist von deiner Strecke. Ähm, ich mag tatsächlich Misano sehr gern. Oh! Ich wusste nicht. Also, aber okay, warte mal, was ist das jetzt für eine Reaktion? Das ist absolut positiv. Achso. Absolut, absoluter Daumen hoch. Geil, Alter. Finde ich stark. Schön. Okay. Das kann nur gut werden. Ich dachte, das jetzt kommt zur Nähe, Alter. Wie kannst du denn? Nein, ich feiere Misano absolut. Richtig geil. Ja. Klar, so Klassiker wie Spa oder sowas geht immer, mag ich auch gern so, klar. Ähm, da fühle ich mich auch immer ziemlich gut einfach. Da komme ich drauf und fühle mich einfach gut. Als Gegenteil zum Beispiel Suzuka ist eine absolute Haschstrecke von mir. Also Suzuka ist furchtbar, vor allem in ACC. Kann ich gar nichts mit anfangen tatsächlich, einfach nur, weil ich die Strecke vom Flow her wirklich mag, aber die Strecke ist einfach, die hat was, wo man verstehen muss. Und das hat anscheinend Marco und ich noch nicht so ganz verstanden, weil auf Suzuka gibt es einfach Zeiten, auf jeder anderen Strecke gibt es Zeiten, wo du sagst, okay, mit gewissem Reingeschwürze kommst du da ran. Aber Suzuka einfach nicht. Also Suzuka ist sowas von speziell, vor allem in ACC hat die dann nochmal ein bisschen weniger Grip als zum Beispiel Spa oder sowas. Und das merkst du halt und das ist wirklich furchtbar. Aber, ja, Misano mag ich sehr gerne. Tatsächlich mag ich auch Pauli Ricard sehr gerne. Noah ist mein Mann! Yes! Okay, ja. Ich liebe einfach das Racing. Also Pauli Ricard lässt einfach, also das Racing auf Pauli Ricard ist immer geil. Immer. Ich hatte selten Rennen, wo es einfach langweilig war vom Racing her. Und solche Strecken mag ich auch, wo du einfach geil racen kannst. Das ist mir wichtig. Und als dritte Lieblingsstrecke, jetzt habe ich Angst, würde ich... Sag mal, was du sagen willst. Nö, 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 nö. Doch, und dann würde ich dir mal ziehen. Nein, 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 nein. Ich habe dich zu... Ich habe dich zu... Ich brauche deine dritte noch. Also ich meine, du hast schon zwei Kracher abgeliefert jetzt. Zwei Kracher habe ich schon abgeliefert. Ähm, dann würde ich sagen, meine dritte ist einfach... Besserst. Ich mag Besserst echt gerne. Ach, hör auf, das hast du jetzt... Das hast du jetzt einfach so gesagt. Okay, wir sind uns einig. Wir sind uns absolut einig, da gehe ich so mit. Nur ich würde es anders einsortieren. Nee, also Besserst ist von den drei auf jeden Fall die dritte. Also ganz, ganz sicher. Aber Besserst ist irgendwie speziell so. Klar, also die Nordschleife und sowas habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber die Nordschleife ist auch ein Klassiker, wo einfach geil ist. Brauchen wir auch nicht reden. Ich mag Nordschleife einfach. Aber ja, Besserst finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nicht schlimm? Irgendwie am Anfang ist es immer... Ja, am Anfang ist es immer so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich mag das Gefühl einfach, wenn du dort konstant schnell fahren kannst, weil das fühlt sich einfach nochmal so viel schneller an, weil du einfach ganz knapp an den Wänden vorbeifährst und so. Und deswegen, ich fahre dann so. Und dann beim Fahren denke ich mir, boah, krass, was du hier eigentlich machst. So konstant jede Runde so knapp an den Wänden vorbeifährst. Aber ich weiß nicht, das fühlt sich einfach auf Besserst so krass an. Und auch, es ist halt auch spektakulär so, wenn ich mir das selber nochmal anschaue oder die Zuschauer und sowas, das ist einfach eine spektakuläre Strecke. Und ja, wenn man die dann kann, wenn man da konstant fahren kann, wenn man da schnell fahren kann, dann ist das einfach ein geiles Gefühl, finde ich. Ja, das stimmt. Aber ich würde es genau andersrum machen. Ich würde Bathurst, würde ich eins machen. Paul Ricard zwei. Eins? Das ist meine absolute Lieblingsstrecke. Ach, okay, krass. Ja. Wusste ich tatsächlich nicht. Also, ich würde aber Misano, ja, und dann die anderen zwei, weiß ich nicht. Aber Misano auf jeden Fall auf die Eins. Misano ist eine fantastische Strecke. Ich verstehe auch nicht, wo der Hasselmehr herkommt. Das sind die Leute, die die Tracklements nicht einschätzen können. Aber, ich erinnere gern dran, innerhalb zwölf Minuten zwei DTs. Ja, ich wollte es nicht erwähnen. Gut, dass du es selber gemacht hast. Also, dann hasse ich auch Misano mal ganz schnell. Ja. Aber ja, da muss man sich halt einfach dran gewöhnen. Ja gut, aber man muss ja auch dazu sagen, ihr fahrt ja wirklich hart am Limit. Ihr nutzt ja wirklich jeden Millimeter aus, den ihr ausnutzen könnt. Dass man da mal drüber hinausschießt, ist ja... Ja. Kann ja schon mal passieren. Vor allem das bei mir dann so ein bisschen, wenn ich dann so sehr schnell eine DT hole und merke, dass einfach das Rennen gelaufen ist, dann hole ich gar nicht mal, weil ich es will, aber sehr schnell auch die zweite DT, weil einfach die Konzentration so stark nachlässt. Einfach deswegen. Ich sehe das immer dann nicht als zwei DTs innerhalb zwölf Minuten, sondern ich sehe das als eine DT innerhalb fünf Minuten. Und alles, was danach passiert, ist dann sowieso schon egal, weil das Rennen ist over. Ja. So, mit einer DT bist du einfach stur Letzter, ist einfach so. Ja, in den Feldern, wo du fährst auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem dann auch in einem Stunde, einem stündigen Rennen nur. Ja. Wie sieht denn so dein Alltag als E-Sports-Profi aus aktuell? Also, nimm uns doch mal mit auf so eine Reise durch einen deiner Tage, gerade jetzt, wo SRO ansteht. Okay, also 8.30 Uhr stehe ich auf. Dann sind meine Eltern und Geschwister und alle schon außer Haus, logischerweise. Dann gehe ich als allererstes mal, schaue ich, wie das Wetter ist. Dann frage ich immer meiner Alexa, wie das Wetter ist. Und dann, wenn alles über, sag ich mal, 16, 17 Grad, dann ist die Laune schon mal sehr gut. Dann gehe ich duschen, wenn es sonnig ist und so. Geil. Dann gehe ich duschen, dann gehe ich frühstücken, dann ist es, sagen wir mal, 10 Uhr oder so, sagen wir mal. Anderthalb Stunden brauchst du dafür? Ja, ich chill dann auch meistens nochmal so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wie lange isst du denn? Frühstück und duschst du, ey? Aber okay, okay. Ja, nee, im schlimmsten Fall. Sagen wir mal, dann 9.30 Uhr. Okay, okay, okay. Sagen wir mal, 9.30 Uhr. Und dann kommt es immer ganz darauf an, ob ich am Abend Pro-Series oder sowas habe. Sagen wir mal, es ist Donnerstag oder so. Das kommt dann immer darauf an mit dem Gym. Weil wenn dann kein Pro-Series, beziehungsweise wenn Pro-Series ist, dann kann ich am Abend nicht mehr gehen, weil dann das Gym schon zu hat. Deswegen gehe ich dann immer vormittags. Sagen wir mal, dann um 10 Uhr gehe ich ins Gym. Dann bin ich um 11.30 Uhr oder so, bin ich dann wieder daheim. Und dann so um 12 Uhr ungefähr schwinge ich mich dann ins Rig. Dann fahre ich meistens so eineinhalb Stunden ungefähr. Einfach so für mich. Danach gibt es Mittagessen, wo Mama jeden Tag frisch kocht. Oh, das Luxusleben. Ja, deswegen habe ich es erwähnt. Also für mich ist es, was heißt kein Luxus, aber ich bin es halt nicht anders gewohnt. Aber vor allem, wenn man alleine wohnt oder wenn ich dann mal alleine bin, ich esse wirklich nur Fertigpizza. Also es ist wirklich furchtbar. Deswegen, das muss man schon zu schätzen wissen. Und dann nach Mittagessen ist es, sagen wir mal, so 15 Uhr oder sowas. Und dann geht es so richtig ins Training rein. Und dann fahre ich meistens bis 19, 20, 21 Uhr oder sowas. Klar, mit vielleicht Mini-Pausen dazwischen. Aber eigentlich schon so ziemlich lang. Wenn jetzt kein Stream ist oder sowas. Aber wenn Stream ist, dann natürlich am Abend mit Stream. Dann kann man natürlich nicht so lang trainieren. Aber deswegen eigentlich relativ unspektakulär. Vor allem in so SO-Vorbereitungen. Da besteht der Tag eigentlich ziemlich viel aus einfach nur Hotlappen. Aber der Alltag variiert auch immer krass, muss ich sagen. Also manchmal fange ich viel früher an, manchmal viel später. Manchmal mache ich noch irgendeine Radtour. Manchmal mache ich was mit Kollegen aus dann am Abend. Und deswegen trainiere ich dann schon deutlich früher. Das ist schon immer ein bisschen anders. Aber vor allem so in der SO-Vorbereitung sieht es eigentlich ungefähr so aus. Okay. Ich habe nochmal zwei logistische Fragen. Erste Frage. Stehst du mit Wecker auf oder ohne Wecker? Mal so, mal so. Meistens. Also ich habe mir jetzt vor kurz, weil ich das einfach cool finde. Ich mag das nicht, wenn ich in der Früh so einen lauten Weckerton einfach habe. Ich weiß nicht. Das nervt mich ein bisschen. Und deswegen habe ich mir eine Uhr gekauft, die quasi dann so vibriert an meinem Handgelenk. Und das weckt mich irgendwie viel besser auf. Und vor allem, was halt ganz cool ist. Ich weiß nicht. Es gibt halt. Ich habe mich mal so ein bisschen im Schlaf beschäftigt. Es gibt halt so verschiedene Schlafzyklen. Ja. Und dann gebe ich so ein Fenster ein, in dem ich aufwachen will. Dann ist das Fenster meistens 8 Uhr und 8.30 Uhr ist mein neuer Fenster. Und dann weckt mich die Uhr quasi auf, wenn ich dann quasi in einem sehr hohen Leichtschlaf bin. Oder mein Zyklus halt sehr hoch ist, dass ich kurz vorm Aufwachen bin. Und das merkt man wirklich krass ohne Einbildung, ohne nichts. Das merkt man krass. Du stehst auf und du bist deutlich fitter. Also du bist, ich kann direkt aus dem Bett ausstehen und direkt so meine Sachen machen. Das merkt man krass. Und deswegen war die Uhr wirklich so ein bisschen ein Game Changer für mich. Weil ich ansonsten immer mit dem Bäcker aufwache und ich merke das einfach. Es bringt nichts, 10 Stunden zu schlafen und dann aufzuwachen. Weil lieber schlafe ich gefühlt 6 Stunden, aber dafür wache ich in diesem Hoch von diesem Zyklus auf. Das ist wirklich krass. Das muss man mal austesten. Ja, okay. Was ist denn das für eine Uhr? Eine Apple Watch. Achso. Die macht das? Ja, da gibt es so eine App und Sleep Cycle oder sowas heißt die. Ja. Genau, dann zeichnet er genau deine Zyklen auf, deine Schlafqualität und so. Da habe ich auch zum Beispiel gelernt, wenn ich zum Beispiel um 6 Uhr oder sowas aufstehe, weil meine Geschwister sich fertig machen für die Schule oder sowas, dann rendiert es sich gar nicht mehr weiter zu schlafen, weil du in gar nicht mehr tief genug kommst. Und deswegen, der Schlaf an sich ist eigentlich nur Zeitverschwendung, der, du regenerierst dich gar nicht mehr, sag ich mal so ein bisschen. Das ist ganz interessant eigentlich. Das ist cool. Ich gehe da jetzt rein. Du hast mich angesteckt. Ich gucke mir das an. Ich möchte das auch wissen. Gut. Dann habe ich eine zweite Frage. Warum gehst du vorm Gym duschen und vorm Simracing duschen? Schwitzt du nicht, mein Freund? Doch, voll. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht ungeduscht aus dem Haus rausgehen. Ich mag das auch nicht. Ich fühle mich dann irgendwie, ich weiß nicht. So, ich muss in der Früh einfach duschen. Und egal, was ich mache, egal, ob ich ins Gym gehe oder ob ich ins Rick gehe oder sowas. Ich muss geduscht sein. Dann fühle ich mich besser, dann fühle ich mich frischer. Dann bin ich da und vor allem dusche ich dann auch an warmen Tagen relativ kühl. Weiß ich nicht. Dann bin ich einfach nochmal deutlich wacher und habe deutlich mehr Bock auf den Tag. So, ich kann irgendwie ungeduscht nicht in den Tag rein starten. Weiß ich nicht. Nur, es ist einfach gefährlich, wie sympathisch du doch bist. Finde ich gut. Ich auch nicht. Ich muss auch immer duschen. Immer. Ja, das ist krass. Klar, manchmal dann, wenn ich sehr viel geschwitzt habe im Gym oder so, dann duscht man auch zweimal. Aber, ja, kommt immer drauf an. Warte mal, du gehst ins Gym und schwitzt nicht so doll, dass du nicht nochmal duschen gehen musst? Kommt drauf an. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da? Ja, so Kraftsport an sich. Also bei den Temps ist es, also bei den Temperaturen hier jetzt gerade ist es ganz was anderes. Aber im Winter, wenn man keinen Ausdauersport macht, wirklich nur Kraftsport, ich schwitze da fast nie. Also vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber ich schwitze da fast nie. Weil ich, also so ausdauernd zu sporteln ist, klar, da brauche ich nicht reden, da schwitzt du gleich. Aber Kraftsport an sich, das ist ja nicht anstrengend. So, du drückst ja, sagen wir mal sechs, sieben Mal deine, also machst du mal Bankdrücken, drückst du und dann hast du wieder drei Minuten Pause. Also so, vielleicht sind wir uns da unterschiedlich. Ja, ein bisschen. Aber ich schwitze da echt, vor allem aber auch, ich sehe das ja bei dir, du trainierst ja mit Wollsocken, mit Pulli, mit Mütze. Ja. Mit allem. Ich ja zum Beispiel gar nicht so klar, wenn ich mit Mützern so trainiere, dann ist das was anderes. Aber es ist auch ohne so, keine Sorge. Es ist nur der, also verstärkt nur den Effekt. Aber gut, das ist interessant. Also, ich muss immer abends nochmal duschen. Ich bin Team zweimal duschen. Absolut. Ja, oft gehe ich auch, vor allem wenn ich im Gym war, gehe ich dann am Abend noch in die Sauna und dann dusche ich halt, dann dusche ich halt sowieso, weil da schwitze ich dann auch richtig deswegen. Richtig sympathisch, Sauna ist richtig geil. Oh, das ist ja voll toll. Das ist so ein lustiges, so ein Ding, das Lebensqualität, ne? Komplett. Also du fühlst dich wirklich wie neu geboren einfach. Das ist so ein Ding, was gefühlt so sehr wenige in meinem Alter irgendwie machen. Also die meisten Kollegen und so, wo ich frage, so Sauna so, die sagen, weiß ich, denen taugt es gar nicht. Weiß nicht, vielleicht kommt es ab irgendeinem Alter. Aber mein Papa geht zum Beispiel sehr viel in die Sauna, vor allem auch während der Kartzeit, weil du einfach dein Gewicht viel besser anhalten kannst. Ganz einfach. Und der hat mich da so ein bisschen angesteckt, aber ich gehe schon gerne in die Sauna. In der Sommerzeit nicht ganz so. Ich weiß nicht, da bei mir eh schon warm ist, da packe ich es irgendwie nicht noch in die Sauna zu gehen. Aber vor allem in der Winterzeit, da mache ich das schon gern. Dann gehst du raus und dann ist es eiskalt, aber dir ist trotzdem warm. So, boah, das liebe ich. Aber doch, im Sommer auch noch schön noch einen oben drauflegen, das ist doch geil. Ja, ja, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich muss es jetzt auch nicht machen. Och, ich würde da, glaube ich, so oft drinnen sitzen. Aber du, das hat mit all der Nächste tun. Und so in meinem Freundeskreis ist, glaube ich, einer, der auch Bock hat auf Sauna. Und alle anderen so, schwitzen ist scheiße, ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich weiß nicht. Ich mag das, ich mag das schon. Ich mag das schon. Also Sauna ist definitiv was sehr, sehr feines und bringt auch so ein bisschen den Körper auch mal in Wallung. Also vor allem, wenn du dann danach wirklich kalt duschst. Du musst dich echt überwinden dazu, aber wenn du dich danach kalt duschst. Und dann hinlegst mit den Füßen so ein bisschen nach oben auf so eine Sauna-Liege oder sowas halt. Boah, du fühlst dich wieder gebrannt. Das ist einfach so. Du fühlst dich so gut. Du, wenn es mit E-Sport nicht mehr klappt, machst du Sauna-Verkäufer. Machst du einfach Sauna-Content. Machst du einfach Sauna-Content. Let's go. Weil du jetzt mal gesagt hattest, dass du das jetzt Full-Time machst. Machst du nebenbei wirklich nichts anderes? Also du bist jetzt wirklich nur am Racing? Nur. Ja, also ich mach wirklich nur, in Anführungsstrichen, E-Sports, YouTube, also Videos und halt Live-Streams. So, das ist wirklich alles, was ich mach. Ich hab, was heißt alles, was ich mach? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist schon sehr zeitintensiv. Also ich könnte nebenbei gar keinen Full-Time-Job mehr machen, weil du einfach, ja, das ist einfach viel zu zeitintensiv. Vor allem, wenn du es richtig betreiben willst im Zusammenhang mit YouTube. Das braucht einfach viel Zeit so. Aber ich hab studiert, ein Semester lang Fahrzeugtechnik. Dann hat sich das aber alles so krass ergeben mit dem E-Sport, dass ich einfach mir die Chance nicht entgehen lassen wollte. Weil ich einfach gesagt hab, okay, meistens bereust du nur Dinge, die du nicht getan hast, aber selten Dinge dann, die du getan hast. Und im allerschlimmsten Fall, nach einem Jahr kann ich ja immer noch sagen, boah, das ist gar nichts. Ich studiere weiter oder sowas. So, das geht ja immer. Aber ich könnte niemals sagen, okay, ich studiere jetzt fertig und danach gehe ich das alles an. Weil dann weiß ich nicht, dann hat sich das alles wieder verlaufen oder sowas. Und deswegen, das ist so eine neue Chance, so eine neue Art, so eine neue Möglichkeit des Geldverdienst, sag ich mal. Und ja, ich fühle mich einfach schon ziemlich privilegiert dafür, dass ich das, was ich sehr gerne tue, auch tagtäglich machen darf. So, klar, es ist kein Hobby mehr. Früher hat es sich anders angefühlt, aber es ist trotzdem noch was, wo ich sehr viel Spaß bei habe. Wie war also die Reaktion von deinen Eltern darauf? Erstmal so, bist du verrückt? Geht nicht, du machst dein Studium zu Ende. So, erstmal das. Danach, wo sie sich aber auch ein bisschen mehr befasst haben. Man muss auch sagen, zum einen, mein Papa ist selbstständig, so das Erste. Und das Zweite, mein Papa ist Motorsport, extrem interessiert, so. Das heißt, er hat gegenüber dieser Einstellung, halt selbstständig zu sein, halt eine andere, wo vielleicht andere Eltern, weiß ich nicht, vielleicht Arbeitnehmer sind und dann eher so die sichere Bank wählen, sag ich mal, mit studieren, dann arbeiten, so. Aber deswegen am Anfang nicht so ganz amused. Irgendwann haben sie sich mehr damit befasst, haben gemerkt, okay, es ist wirklich nicht nur irgendwie blödes Computerspielen, sondern da steckt schon deutlich mehr dahinter. Und dann, seitdem unterstützen sie mich auch echt krass, was das angeht, supporten das auch. Mein Papa schaut jeden Stream. Selbst einmal waren meine Eltern im Kino und Papa saß im Handy, dann hat mein Stream angeschaut. Also das ist schon wirklich krass. Die supporten das wirklich, was mich auch sehr freut. Ja, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, andere Eltern hätten da vielleicht ein bisschen anders reagiert. Aber es ist halt auch was, wo viele noch nicht so ganz nachvollziehen können. Ist halt einfach was Neues und da muss man einfach so ein bisschen aus dieser Bubble, sag ich mal, kommen, damit man das auch wirklich nachvollziehen und verstehen kann, finde ich zumindestens. Weißt du was gerade, ich habe gerade so einen richtig interessanten Moment. Du bist 20 Jahre alt, ne? Und redest, als hättest du schon 10 Jahre Lebenserfahrung mehr in der Berufswelt. Also sehr, also im positiven Sinne war das sehr weise, was du gerade gesagt hast. Ah, okay, krass. Ja, okay, das schreibe ich natürlich. Also, ja, ich habe auch immer, habe ich tatsächlich versucht, dass ich immer weiß, wie es ist, in der Realität zu leben, sag ich mal. Was ist für mich Realität? Dass du jeden Tag einen Job ausführst, der dir gar nicht gefällt, der richtig, nicht Ausbeutung, aber da, wo du dich halt gar nicht drin wohlfühlst und am Ende des Tages dann auch gefühlt 1.500 Euro netto verdienst und davon gar nicht mal leben kannst. Und das habe ich mir halt so ein bisschen versucht klarzumachen, indem ich beispielsweise in einem Altenheim Praktikum gemacht habe, einfach zu sehen, okay, wie ist es als Pfleger? Und es haben halt dann schon krass die Augen geöffnet. So ist einfach so für das Geld, was die da bekommen, was die da leisten. Das ist absurd. Und dann habe ich zum Beispiel auch ein Jahr lang oder sowas auf Minijobbasis bei Mackey gearbeitet. Einfach aus dem Grund, in der Stadt, bei mir, wo mich sehr viele Leute einfach kennen, gar nicht wegen YouTube oder so, einfach natürlich so aus dem privaten Umfeld, in einem McDonalds zu arbeiten, das würde ich jetzt hier behaupten, würden nicht viele machen. Weil die meisten sagen sich, boah, nee, so, die haben halt einfach Angst, so was denken die anderen Leute überein. Oder so im Mackey zu arbeiten, das ist eher so die untere Schiene, sage ich mal. Aber ich habe das in dem Studium einfach gemacht. Dort als Lieferfahrer habe ich halt gearbeitet. Und zum einen halt zu sehen, was du halt da auch machen musst für das Geld, wo du bekommst. Da hast du echt extrem Zeitdruck, muss man einfach sagen. Und die ganzen Leute kennenzulernen. Weil es waren einfach meistens Leute, die aus einem sehr armen Umfeld kamen, die meisten natürlich aus dem Ausland hierher, die dann schweres Schicksal hatten, aber sich wirklich versuchen dann hier wirklich, ja, sich so ein bisschen zu etablieren, die wo auf eigene Kosten dann einen Deutschkurs, sage ich mal, machen oder sowas. Das war schon ganz cool zu sehen, weil meistens siehst du ja nur die andere Schiene. Aber es gibt halt auch viele, die halt wirklich herkommen und wirklich was reißen wollen, wo die Familie vielleicht noch im Ausland ist und sie die irgendwie durchfinanzieren oder irgendwie sowas. Deswegen, es war schon interessant. Also ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss, ganz klar. Oder was heißt ich nicht mehr machen muss? Ich bin froh, dass ich es halt nicht machen muss generell. Aber es war sehr interessant und ein krasser Augenöffner, auf jeden Fall. Das solltest du auf deiner Reise übrigens nie vergessen. Was meinst du? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge als generell Person des öffentlichen Lebens. Da sollte man nie vergessen, wo man herkommt. Ja, also auf jeden Fall. Komplett. Das ist wirklich krass. Finde ich schön, dass du das gemacht hast. Haben deine Eltern damit ein bisschen was zu tun gehabt oder war das so dein eigener persönlicher Anreiz? Also das mit dem Altenheim, muss ich sagen, da haben meine Eltern schon was damit zu tun gehabt, weil ich da einfach 15 oder sowas war. Da war das eher so, Altenheim, nee. Und du weißt ja selber, wie mir dein Alter ist. Aber dann hat mich meine Mama, also hat schon gesagt, dass ich das machen soll und so. Und dann, ja, war es schon jetzt im Nachhinein eine positive Erfahrung. Klar, in dem Praktikum selber, wo ich da gemacht habe, war es natürlich nicht ganz so cool. Aber war halt dann schon eine positive Erfahrung. Aber das mit Mackie habe ich tatsächlich selber entschieden. Also, dass ich gesagt habe, ja, zum einen will ich halt einfach wissen, wie es ist, dort zu arbeiten. Was die ganzen Leute, die dort arbeiten, was die erlebt haben. und natürlich neben dem Studium, dass man halt, ja, so ein bisschen Minijob-Basis, du musst ja auch ein bisschen was dir selber finanzieren können oder sowas. Ja, das Wochenende bei Maggie mit den Kumpels auf dem Parkplatz. Ja, das ist die Parkplatz-Chiller. Wie sieht es denn aus mit der Zukunft? Hast du ja so einen Plan gemacht, was du so machen willst, die nächsten 5, 10 Jahre? Oder sagst du einfach, komm, ich lebe jetzt mal einen Tag rein? Also, eigentlich grundsätzlich bin ich nicht derjenige, der sagt, okay, ich lebe von heute auf morgen so. Ich überlege gar nicht, was ist nächste Woche. Also, ich lebe von heute auf morgen. Einfach vor allem auch in dem Bezug auf Geld. So viele bekommen ihren Lohn und hauen ihn zum Beispiel dann direkt raus, weil sie einfach nur von heute auf morgen leben zum Beispiel so. Also, eigentlich bin ich so gar nicht so der Typ. Aber was das angeht, lasse ich mich da eher so ein bisschen treiben, weil man einfach nicht weiß, in welche Schiene oder in welchem Ausmaß sich das Simracing allgemein so entwickeln wird. Auch der YouTube-Kanal oder so. Ich versuche einfach, das, was ich mache, sehr gut zu machen. Regelmäßig guten Content zu bringen und halt auch leistungstechnisch in der E-Sports-Welt halt immer gut dazustehen. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, okay, in 5 Jahren will ich da und da sein. Deswegen, ich lasse mich dann jetzt erstmal so ein bisschen führen. Oder nicht führen, aber ich mache einfach das, was ich gerade mache, was ich beeinflussen kann. Versuche ich so gut, wie es geht, zu machen. Aber wo ich dann in 5 Jahren oder so rauskomme, ob ich dann überhaupt noch das mache, was ich gerade mache, kann ich dir nicht sagen. Hast du so ein ganz, ganz großes Ziel, was du dir noch gesteckt hast? Oder sagst du wirklich, ich habe mir gar keine Gedanken darüber. Ja, natürlich, das allergrößte Ziel wäre natürlich, in einem Auto, wo ich mit ausgeschaltetem Motor dringesessen bin, mal mit angeschaltetem Motor drinsessen würde. Und da vielleicht auch mal fahren. Also natürlich, so Real Life ist natürlich so das, wo man unbedingt hin möchte. Einfach, weil das für mich extrem geiler Content ist, den man da machen kann. Aber natürlich auch eine extrem geile Experience und eigentlich eine Sache, wo man so nie hinkommt. Weil, ja, Motorsport einfach unbezahlbar ist. Also ist ja einfach so. So, das wäre so mein größtes Ziel. Dahingehend, was so das Simracing und so an sich angeht. Ich finde das immer schön, dass alle Leute, oder was heißt alle, viele Leute das als unbezahlbar ansehen, aber trotzdem super viele Autos fahren. Also irgendeiner muss es ja bezahlen. Ja, klar. Es gibt auch Leute, die wo im Jahr, sag ich mal, eine Million übrig haben und einfach sagen, okay, die fahren alles so. Es gibt ja auch diese Leute. Das klingt so witzig, ne? Es gibt Leute, die haben halt mal eine Mille übrig im Jahr. Ja, gibt's halt einfach. Ja, klar. Und die nehmen das dann und so. Aber das ist ja nicht die Realität. Nee, nein. Also schon die Realität ist eher die Ausnahme. Ja. Also die komplette Ausnahme. Also wenn du eine Million Euro im Jahr verdienst, bist du schon ultra krass. Und wenn du dann eine Million im Jahr halt übrig hast für sowas, dann bist du ja... Also ich habe mal geredet, dort auf dem 24er, was das so kostet und sowas. Und bei gewissen Teams, zum Beispiel nicht mal in der GT3-Klasse, in der Cup-Klasse als Gentleman-Fahrer, wenn du da nur an den Start willst, okay? Ich rede jetzt nicht von Verschleiß, ich rede jetzt nicht von was kaputt geht. Ich rede nur davon, dass du nur dort an den Start gehst, vorausgesetzt, du hast die Permit schon, du hast die Lizenz schon, du hast alles schon. Schätz mal. 160.000, 170.000? Nee, so viel ist es dann nicht. Aber also, dass du da nur an den Start darfst, nur mitfahren, würde irgendwie 40.000 Euro kosten. Also ohne Auto jetzt quasi, du bist der Fahrer. Ja. Okay, weil ich habe Auto mit eingerechnet dann. Achso. Okay, also, ja, dann liege ich trotzdem sehr weit weg. Okay, 40.000. 40.000 musst du quasi blechen, damit du nur dort fahren könntest. Dann musst du ungefähr bei so einem Cup, musst du irgendwie 10 bis 20, 10 bis 15 irgendwie, dann nochmal zahlen, dafür, dass du einfach, du nutzt Reifen, du nutzt Sprit, du nutzt die Bremsen, und alles Verschleißteile, so. Also sagen wir mal, sind wir roundabout bei 50.000 Euro, so, für ein 24er, 50.000 Euro. Und dann alles, was kaputt geht. Und du bist einfach meistens, bist du versichert, bist zu einem Wert von 3.000 bis 400.000 Euro. So ein Auto kostet auch mal 600.000, 700.000 Euro. Deswegen, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn dir das Auto abfackelt und Totalschaden ist, dann kannst du eine halbe Million Euro blechen, so theoretisch. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich gehe davon aus, dass du mal irgendwo leicht aneckst, mal der Frontsplitter kaputt ist oder sowas. Der Frontsplitter an dem GT3, an dem ersten GT3, kostet 16.500 Euro. So summiert sich das halt. Und bis 60, bis 40, 50, 60.000 Euro oder sowas, hast du halt Selbstbeteiligung. Das heißt, diese ganzen kleinen Teile, wo da kaputt gehen, musst du alles selber zahlen. Das heißt, 50.000 Euro, wenn nichts kaputt geht. Es geht aber sehr schnell was kaputt. Deswegen, so 100.000 Euro für so ein Wochenende, wenn nicht extrem viel kaputt geht, würde ich halt einrechnen. Und dann musst du halt schon überlegen, 100.000 Euro. Für nicht mal in der GT3-Klasse. Für ein Rennen. Also, das ist schon insane. Da musst du schon ein, zwei Mark verdienen im Jahr. Ja, da musst du schon ein bisschen was verdienen. Das ist... Da musst du noch ein paar Mal live streamen. Damit du das bezahlen kannst. Ja. Ja, nee, das ist insane. Also, was das alles kostet. Aber wie du schon sagst, es gibt trotzdem Leute, die es machen. Es gibt trotzdem Leute, die das Geld dazu haben, die Bock drauf haben. Und das ist ja, so sag ich mal, das Schöne daran. Weißt du mal, ich sag mir immer, man muss nur den richtigen Menschen kennen. Und wenn der... Also, auf alle Fälle. Wenn du den richtigen Mensch kennst, der kennt sich dann sehr gut mit dem Versicherungssystem aus. Dann kennst du noch jemanden, der sich sehr gut mit Steuern auskennt. und schwuppdiwupp ist das ein sehr schönes, ein sehr schönes Projekt, um ein bisschen Geld umzuschaufeln. Da hast du wohl auch recht. So hätte ich noch gar nicht gedacht. Aber klar, das stimmt. Also, ganz klar. Aber das ist ja auch, Dude, Rennsport ist und bleibt einfach teuer. Und ich sag mal, die Basis dazu musst du ja erstmal haben. Ja, komplett. Entweder bist du ein supergeiler Fahrer oder du hast viel Geld. Oder du hast Reichweite oder du hast alles. Kennst du auch. Ich glaub, nur Reichweite reicht auch nicht mehr aus mittlerweile. Ich glaub, extrem krasse Reichweite und dass du ein bisschen am Lenkrad drehen kannst. Ich glaub, dass du dann... Das öffnet dir schon einige Türen. Also, da bist du, glaub ich, schon ziemlich viel besser dran. Gegenüber einem, der vielleicht gar keine Reichweite hat, kein Geld hat. Also, dann hast du eigentlich gar keine Chancen. Vor allem durch Reichweite kommen ja auch Kontakte. Das ist einfach so. Du hast einfach andere Kontakte. Aber die Welt ist einfach superkleine im Motorsport. Die ist sehr, sehr klein. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Ich mein, überleg mal, wie schnell du jetzt in der Boxengasse gewesen bist und in einem Auto gesessen hast. Also, das war doch bestimmt auch eher eine Schnapsidee. Ja, also, ja, aber... Also, ich will mich jetzt nicht als nicht-normalen betiteln, aber jetzt sag mal dem ganz-normalen, komm mal in die Box und setz dich ins Auto. Der schafft das nicht. Das geht nicht, weil er einfach den Kontakt dazu nicht hat. Ist einfach so. Es passiert in der DTM super häufig. Also, wenn du jetzt wirklich ohne Flachs jetzt, wenn du ganz normal aufs Grid gehst beispielsweise, hast du manchmal, wenn du wirklich einen Mechaniker hast, so, der einen sehr guten Tag hat, was das öfteren mal passiert, kann das schon mal vorkommen. Also, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Also, du darfst nicht fahren, logischerweise. Aber ich hab das jetzt in Le Mans, hab ich das gesehen. Gut, bei Rhein ist jetzt, da waren nur VIPs auf der Strecke. Und auch in der DTM, wo ich jetzt zwei-, dreimal schon war, waren super häufig Leute an den Autos dranne, als auch drinnen. Und die sahen mir jetzt nicht aus wie Influencer. Ja, trotzdem, wenn ich so rumfrage in der Community oder so, dann saßen die wenigsten in so einem Auto drin. Aber klar, das wusste ich jetzt vielleicht nicht mit DTM, dass du da so leicht in ein Auto kommst. Na, leicht in Anführungsstrichen. Da musst du schon, also, ich sag mal, wie du vorhin schon gesagt hast, da musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Was ich aber ganz klar gemerkt hab, zu dieser GT3-Sport im Generellen, ist so viel familiärer als alles andere. Also, es ist wirklich wie eine große Familie. Jeder ist mit jedem cool. Ich hab dort nicht eine unsympathische Person getroffen. Jeden, wo ich angesprochen hab, war ultra nett, ultra sympathisch. Und wenn ich das dann vergleiche mit, selbst mit Karte teilweise, aber vor allem jetzt mit Formel 1 oder so, komm mal in eine Box oder so nah an die Box ran oder verrückt auf eine Strecke oder sowas. Das schaffst du ja nie als normaler, wenn du jetzt kein VIP-Ticket hast oder VIP bist. Bei Formel 1? Da ist das alles so, ja. Und da ist das alles so viel. Du kommst so nah an die Autos ran, du kommst so viel näher an die Fahrer ran. Das ist viel, viel, viel cooler. Also, muss ich wirklich sagen. Und Formel 1 ist da so, ja, so was Besseres, so ein bisschen. Weißt du, ich mein, ganz bisschen. Das kannst du, glaube ich, so nicht vergleichen. Da ist ein bisschen mehr involviert in Formel 1. Also, das ganze Ding ist viel aufgepauscht und da hängt viel mehr dran, dass da Leute einfach so mal, weißt du, das ist wie bei, je höher du in den Klassen gehst, desto mehr Geld ist im Einsatz und desto mehr muss das funktionieren. Und ich denke, also, Max Verstappen möchte auch nicht, dass da, also vor allen Dingen auch bei der bekanntesten Rennserie der Welt möchten da nicht tausend Leute reinströmen, so. GT-Sport ist noch nicht so populär. Aber das meine ich ja gar nicht. Aber selbst zum Beispiel in der Boxengasse an sich, da standen ja alle Leute, aber die Pitlane an sich oder wenn jemand durchgekommen ist, ein Mechaniker mit Reifen, da hat jeder einfach darauf Acht gegeben. Da stand nicht einer blöd im Weg und dachte so, ja, so scheiß auf dich, so. Nein, er geht zurück, er achtet drauf, so. Ich weiß nicht, das ist alles vielmehr, es funktioniert alles, so. Da ist die Chemie einfach besser oder sowas. Aber hast du das denn woanders schon mal anders wahrgenommen? Ja, zum Beispiel, also, also, ich komm nicht mal im Kart, komm ich an eine Box ran in dem WM, in der Weltmeisterschaft, da komm ich an keine Box, an nichts ran. Oder, dass ich, also, dass ich an andere Teams, dass ich da ans Kart ran darf oder sowas, das ist nie so. Also nie. Gut, aber ich sag mal so, 24-Stunden-Rennen ist jetzt, also gerade Nürburgring, das ist ja auch ein Festival, ne? Das kannst du ja mit einem normalen Rennen so auch wieder nicht vergleichen. Ja, das stimmt auch, das stimmt. Das ist ja... Für mich war es sowieso das erste Mal an bald sowas, also, deswegen, ich kann es sowieso nicht sagen, aber... Also, wenn du dir jetzt Le Mans mal nimmst, äh, letztes Jahr, da war das auch so, also, da geben die sich auch alle die Klinke. Aber Gnade dir Gott, du kommst mit der Kamera und willst das Innenleben des Autos filmen. Am Arsch dran, ne? Da darfst du, da kannst du vergessen, die töten dich. Aber dort ging's ja schon. War's in Le Mans? Ne, auf dem 24, ja. Im Auto selber, dass du ins Auto reinfilmen darfst? Bei den Pro-Teams? Ich hab bei Tim im Auto, hab ich drin gefilmt. War's an? Ne. Siehste, wenn's an ist, kannst du das vergessen. Da darfst du, kommst du nicht mal ansatzweise in die Nähe von dem Auto. Aber TC-Settings und alles, stand alles da. Also auf dem Display drauf? Ne, ähm, auf Lenkrad. Ich habe das Lenkrad, hat er für uns weggemacht und ich hab's in der Hand gehabt. Ja. Und da haben wir gesagt, so dürfen wir da verstellen an den Reglern. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, warte kurz. Dann hat er kurz TC, Map und alles sich gemerkt, was halt eingestellt war. Ja. Und dann haben wir's verstellen dürfen. Dann hast du in dem Fall Glück gehabt. Also normalerweise, so ist mein Wissensstand, darfst du, wenn die Autos an sind, darfst du da nicht filmen. Nichts. Also nicht mal, da darfst du nicht mal in die Nähe von dem Auto. Aber wie gesagt, es war auch nicht an. muss man aussagen. Aber so grundsätzlich, in einem Auto drin zu sitzen, ein Träumchen, ein Träumchen. Auch die Bremse, wie viel Weg du hast, auf dieser Bremse, das glaubt man nicht. Und jetzt sag mal dem Simracer, man braucht Wege in der Bremse, der denkt, nee, 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 Muscle Memory, so ganz wenig Weg und ganz hart und Low Cell und so. Aber wie viel Weg du da hast, insane. Ich glaub, das ist aber auch unterschiedlich von Auto zu Auto. Er hat gesagt, allgemein im GT3 hast du viel mehr Weg, als die ganzen Simracer meinen zu haben. Ja. Aber das, woher sollen wir das ja auch alle wissen, nicht? Das macht ja keiner Content darüber. Wenig. Bis gar nicht. Aber Tim schlägt ja gerade sehr schön die Brücke, muss man ja sagen. Also er gibt sich ja sehr viel Mühe, irgendwie auch die Welten so zu verbinden. Finde ich schön. Ja. Auf jeden Fall. kann ja auch immer wieder sagen, so ein sympathischer Kerl. Also das war wirklich, auch mit ihm da ein bisschen zu reden, ein paar Fragen zu stellen, so. Du hast ja selten die Möglichkeit, mit einem Menschen, der wo GT3 fährt, zu reden und dann kannst du ja auch mal so ein paar Fragen stellen, so. Das ist schon ganz, ganz geil, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also es hilft sehr, mal einen Einblick zu bekommen. Voll. Ja. Hab mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Ich hab am Anfang, weißt du, ich hab, du hast glaube ich irgendwie ein Foto gepostet und dann hab ich, ich weiß gar nicht, was? Eine Story. Ja, eine Story gepostet. Da hast du das Lenkrad in der Hand gehabt und dann hab ich mir gedacht, also ich wusste, ich wusste, dass du in der Falkenbox drin bist, weil du konntest von dem Porsche so ein ganz kleines Stück sehen. Und dann dachte ich mir so, ah ja, Noah hat den Shoutout von Tim umgesetzt am Wochenende. Nee, in dem Podcast. Hab mich wirklich sehr gefreut, dass das zustande gekommen ist und du dich da reinsetzen konntest. Vor allen Dingen, weil du auch super happy warst, als du drin gesessen hast. Das ist mir auch gar nicht so vorgekommen, aber ich finde, im Video selber danach merkt man schon, dass meine Augen so ein bisschen strahlen und so. Also ich war schon nicht ganz unglücklich. Gibt's dazu nochmal ein YouTube-Video? Nee. Nee. Auf solchen Events, vor allem so auf meinem ersten Event, da bin ich immer so der Typ, ich will das irgendwie mit allen Sinnen so aufnehmen und selber sehen. Und wenn du da immer filmst und so, dann bist du immer so ein bisschen nicht ganz so dabei. Finde ich jetzt zumindest. Hätte ich einen dabei, der wurde es filmt, dann wäre es ja was anderes. Wäre auch möglich gewesen. Aber ich weiß nicht. Ich habe auch gar nicht so das Equipment dazu. Du hast noch ein Handy? Ja. Ja, aber dann willst du halt schon geil filmen mit einer geilen Qualität und so, wo ein Handy okay ist, aber ein Mikrofon dann. Ich filme alle meine Vlogs mit dem Handy. Ohne, ohne, ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon. Du wirst dich wundern, wie gut das ist. Ja, das ist natürlich dann wieder krass, aber wie gesagt, da geht es mir mehr so um dieses, um diese Sinne und so. Da mache ich so hin und wieder mal ein Insta-Beitrag, ein Reel oder eine Story oder sowas, aber da will ich jetzt ungern ein Video drüber machen. Ja. Hast du jetzt Blut geleckt und möchtest mehr an der Rennstrecke? War sowieso der Plan, mal so ein bisschen mehr so DTM oder sowas auch mal zu sehen. WC würde mich auch extrem interessieren, aber ich glaube, Spa war da das Näherste, was das angeht. Ich glaube, die anderen Strecken sind alle schon deutlich viel weiter weg. Ich glaube, da wäre Italien, Imola oder Monza oder sowas wäre da das Nächste, aber ich weiß nicht, wegen einem Rennen dann so weit zu fahren, ist dann auch wieder die Frage, aber generell, klar will ich noch öfter an so einer Rennstrecke, weil es einfach eine so geile Experience ist. Allein die Autos da zu sehen, wenn die da so fahren oder wenn die ganz hinten so am Horizont mit diesen extrem hellen Scheinwerfern, also die Scheinwerfer sind ja so hell, die blenden dich ja wirklich. Das ist ja wie eine Stadionbeleuchtung und wenn die da ankommen, allein das wirklich nur zu sehen, das ist wirklich krass und die Sounds, der M4, wie der klingt, also wenn du den ACC hörst, da denkst du dir, was ist das? Und dann, wenn du den in echt hörst oder der Aston mit diesen Blubbern, boah, kriege ich ganz ab, wenn ich jetzt verrede. Das ist krass. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der WC, wenn du LMDHs mal hörst. Ja, also da muss ja auch der Cadillac, der, boah, wenn der aus der Box fährt, mit Hybrid. Die sind schon alle sehr lecker Schmecker. Warst du schon mal WC? Hm. Sind echt? Le Mans letztes Jahr zu 100, zu 100. Ach, Le Mans, ja. Ich war letztes Jahr beim 100-jährigen Le Mans und dann war ich in Bahrain letztes Jahr. Ja, das ist, das ist krass. Da habe ich schon eine geile Experience. Also Le Mans würde ich dir auch wirklich noch ans Herz legen, so als Motorsport-Fan. Das ist mehr ein Festival als ein Rennen. Das ist richtig Spaß. Aber weißt du was, ja? Ja. Aber weißt du was das Ding ist? So ein bisschen, habe ich mir gedacht, an der Schleife jetzt, wo ich war. Ähm, extrem geil, voll cool, aber ein GT3 braucht acht Minuten, bis er wieder da ist. Das heißt, du sitzt an dem Punkt und du siehst halt wirklich dann nur alle acht Minuten, alle vorbeifahren und dann nie wieder. so nach fünf, sechs Stunden, dann siehst du die ein bisschen öfter, weil sich das Feld ein bisschen gezogen hat. Aber zum Anschauen an sich, nur das Rennen, ist es eigentlich nicht wert, aufs 24er-Nordschleife zu fahren. Da ist es mehr so alles drumherum, so dieses ganze Festival an sich. Dann ist das Rennen nur noch so ein Nebenprodukt an sich. Und da hätte ich Angst, dass es in Le Mans auch so ist, dass du wirklich die Autos einmal vorbeifahren siehst und dann nie wieder. Und das ist halt in Spa oder so schon geiler, weil du siehst ja alle zwei Minuten dann. Das macht übrigens keinen Unterschied. Du kriegst von dem Rennen nichts mit. Aber du siehst viel öfters die Autos. Ja, aber warum willst du dir ein Auto angucken? Du kriegst von dem Rennen nichts mit, Noah. Also wenn du dir die Standings nicht aufmachst und den Livestream und das kommentiert hörst, kriegst du von dem Rennen nichts mit, weil du verlierst irgendwann einfach den kompletten Überblick. Das hab ich mir auch gedacht. Dann sitzen wir auf der Tribüne und jeder hat trotzdem sein Handy mit YouTube-Livestream auf. Ja, genau. Wo ich mir am Anfang dachte, Junge, wir sind doch an der Rennstrecke. Aber im Nachhinein hab ich das dann schon verstanden, weil du einfach nichts mitbekommst. Das ist zum Beispiel eher mach du, Entschuldigung? Nee, oder in so gewissen Räumen, ich will nicht sagen Logen, aber so Dinger, da saßen halt auch wirklich sehr viele Leute und haben in den Fernseher reingeschaut und in den Livestream angeschaut. Wo ich dachte, boah, ist schon krass. Wir sind direkt an der Rennstrecke, aber man schaut trotzdem Fernseher. Was eigentlich schade ist, war irgendwie auch verständlich. Weißt du, dieses Feeling, einfach nur da zu sein und die Autos zu hören und ins Film zu gucken, das ist es einfach. Weil du wirst von dem Rennen einfach nichts mitkriegen. Ich war beispielsweise, wir waren jetzt, vor zwei Wochen waren wir am Lausitzring, saß da oben auf der Tribüne, also wirklich oben, dass du die komplette Strecke sehen kannst. Du kriegst davon nichts mit, weil du weißt nicht, welches Auto welches ist irgendwann. Du siehst die Nummern einfach nicht, die Autos fahren einfach vorbei. Also wirklich, um ein Rennen zu gucken, würde ich nicht an der Rennstrecke fahren. Na, das habe ich dann auch gemerkt. In Amerika und auch in der WEC zum Beispiel ist es so, dass du mittlerweile Kopfhörer hast, wo du die Stadienkommentatoren hören kannst und dann gibt es auch noch eigene Apps für das Ranking und sowas, dass du es wirklich dann gucken kannst. Ach so. Ja. Und dann hast du halt nicht diese Dinger drin, also deinen Gehörschutz, sondern du hast halt die Dinger drauf, dass du das Radio hören kannst. Du kannst alles dann von dem Stream beziehungsweise den Stadionsprecher plus deine ganzen Infos hast du dann auf dem Handy, weil du fährst da nicht hin, um das zu gucken. Aber dann hörst du halt nicht mal die Autos so ganz, oder? Doch, die hörst du trotzdem noch. Ich habe mir letztens, habe ich mir Gehörschutz reingemacht, weil meine Uhr gesagt hat, komm, mach mal rein, die hörst du trotzdem noch ballern. Die sind, ja, die sind so laut. Wenn du auf dem Grandstand, wirklich, wenn du irgendwo, jetzt nimm mal beispielsweise Lausitzring, du hast den Grandstand und gegenüber ist die Box, da ist so viel Hall drinne und dann ist der Grandstand noch überdacht. Das heißt, das Halt unten gegen kommt hoch und reflektiert immer nochmal ab. Das ist so laut. Ich habe, also die Schleife, die hat ja auch noch so ein bisschen Reglementierungen, was die Lautstärke angeht. Deswegen, so Spa oder sowas, sind ja die ganzen Autos nochmal deutlich lauter und ich fand statt nicht so viel. Also Europa ist okay. Also sie sind lauter, ja, aber nicht so extrem viel lauter. Also warst du schon mal in Schleife? In echt? Nein. Also du hast quasi jetzt schon den Vergleich von einem GT3-Auto auf der Schleife und GT3-Auto auf Spa oder sowas erlebt, oder? Also persönlich habe ich das nicht erlebt, nein. Achso. Aber ich habe von jemandem Live-Aufnahmen gesehen und kann das so Pi mal irre abgleichen. Also da war ich noch nicht, das werde ich nochmal nachholen, aber die Regularien hast du überall. Also ja, sie sind lauter, aber nicht so viel lauter, wie man sich das jetzt vorstellt. Das wollte ich nur sagen damit. Ja, weil Shiro und Gambal und sowas, Gambal ist ja, also Gambal ist ja wirklich ein Nerd, das ist ein Lexikon, der Mann. Und die haben zum Beispiel schon erzählt, die waren halt WC Spa und halt jetzt Schleife und so, die haben schon erzählt, ja, die Autos sind halt schon nochmal ein gutes Stück lauter aufs Spa. Hört sich zumindest so an. Ich habe gesagt so, krass, weil ich war statt Ziel und da hat es auch so ein bisschen gehalten und da war der AMG, war schon wirklich so genau gerade, dass ich sah, okay, alles gut, ohne Gehörschutz oder so, aber der war schon wirklich laut. Und dann, wenn es noch lauter ist oder vor allem mit den LNDHs und sowas, stelle ich mir schon laut vor. Ja, also LMP2s, nee, LMP3s sind ja noch lauter, also wenn die unreguliert sind, dann die krachen richtig rein. Ohne jetzt fährt doch jetzt LMP3, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Also du hast ja im Rahmenprogramm aktuell der DTM gibt es ja noch Prototypen und das ist ja LMP3, die knattern auch richtig schön. Die machen richtig Spaß. Ach so, dann vor dem eigentlichen DTM-Rennen gibt es dann noch. Genau, also bei der DTM gibt es ja nicht nur DTM, sondern du hast die Classic, GT4, LMP3 und DTM. Also du hast ja vier Rennen an einem Tag, die du für ein Ticket gucken kannst. Ja, okay, das ist dann auch wieder geil. Also DTM ist aktuell wirklich super nice. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mal reinschnuppern möchte in Rennsport, ist das einfach wirklich fantastisch. Und die Tickets sind halt echt nicht so teuer. Das war als Schleife auch, damals 55 Euro gezahlt. Ich war nur Samstag da, aber von Donnerstag bis Sonntag, ja, das ist also schon unschlagbar eigentlich der Preis. Das ist wirklich krass. Ja, also GT-Sport ist wirklich ein sehr zugänglicher Sport, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, genau, zugänglich ist so das Wort, was ich deutlich zugänglicher als, ja, Formel 1 oder sowas zum Beispiel. Ja, also WC ist dann, ja, also du kannst auch durchs Paddock gehen und alles, aber da bist du, kommst du nicht ganz so, so, so nah ran. Ja. Also Le Mans zum Beispiel ist schweineteuer. Also das, ein normales Ticket? Ja. Erzähl. Le Mans ist schweineteuer. Also ich müsste, ich müsste aufstehen und gucken, aber ich habe ein Ticket gehabt, das kam 500. Normales. Warte, ich guck schnell. Also das würde jetzt, sowas hier würde bei der DTM, sowas würde bei der DTM 150 Euro kosten, hat in Le Mans 550 Euro kosten. Und das ist halt, also Zone 4, Zone 5 und Zone 6, also du kannst in das Paddock rein, also komplett hinter dem Paddock kannst du laufen, was in der DTM übrigens mit drin ist, das ist ein normales Ticket und dann hast du so, konntest du auch noch ein, zwei Gegenden besuchen mit dem Ticket. 550 Euro. Toll, surprise. Und von, also ist es dann auch ab Donnerstag oder? Das geht sogar am Dienstag los. Dienstag? Ach so. Dienstag, Mittwoch, das ist eine ganze Woche, da ist einfach komplett Festival. Das ist richtig krass. Ja. Aber man kann sich mir auch vorstellen, dass das auch echt geil ist und dass das sich auch echt trendiert, dass man das so einmal im Jahr macht mit vielen Kollegen, da wirklich am Dienstag wird dann auch schon dort sein. Ja, stelle ich mir glaube ich auch ganz geil vor. Es hat halt so einen Festivalcharakter, ne? Also das ist wie jetzt, wie jetzt Nordschleife, da gehst du halt feiern so, ne? Feiern und Spaß noch. Aber es ist aber nicht negativ. Nein, absolut gar nicht. Nee, gar nicht. Also da ist auch, also das ist und bleibt, also an alle Leute da draußen, ist nicht böse gemeint, aber das ist und bleibt einfach das größte Rennen auf der Welt. Da wird es kein größeres geben. Le Mans? Ja, das ist einfach insane. Das ist wirklich... Also nochmal was anderes als Nordschleife. Ja, das ist komplett geistesgestört. Weil, also bei der Nordschleife hast du ja, du hast ja 26 Kilometer. Ne? Du hast 26 Kilometer. Also Le Mans ist, ich glaube, 8 irgendwas Kilometer. Das ist so kompakt. Das kannst du dir, das kannst du dir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die ganzen langen Straßen dürfen nicht besucht werden. Also die sind abgesperrt, weil rundherum Wälder sind und der Rest ist privat. Zwischendrin ist dann noch irgendwo mal ein Golfclub. Da kommt man auch nur hin, wenn man ganz hier, bisschen Pinke Pinke bezahlen. Und da sind halt wirklich 200.000 Leute. Also da gab es keinen Grandstand, der leer war. Und da, also Dunlopkehre, Dunlopkehre und Startziel, also die Grandstands sind einfach unfassbar riesig. Also komplett, da war nicht ein Platz drauf frei. Dahinter im Fahrerlager, alles voll. Die ganzen Partymeilen, die alle so drumrum, du konntest wirklich, du bist so gegangen, die ganze Zeit nonstop. Selbst mitten in der Nacht noch. Und das aber ab Donnerstag. Aber hast du, hast du die Story von Tim gesehen, auf der Startziel, wie viele Leute da waren? Hast du das gesehen? Ja. Also hast du es wirklich gesehen? Ja, habe ich. Also das war ja, also da hat ja nicht eine Person mehr auf die Startziel-Gefühl drauf gepasst. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das beim 24er normal, also ob man das, ob das erlaubt ist oder ob man das bezahlen muss, der Gridwalk. Äh ne, das ist, das ist schon Standard mit dabei normalerweise. Ah, okay, ja. Weil in Le Mans musst du dafür bezahlen. Also das ist halt insane. Siehst du das bisschen? Ja, ich sehe das. Ich kann dir, warte mal, ich glaube ich habe das auch noch. Das ist verrückt. Ich habe das noch von Le Mans, gib mir mal eine Sekunde als Vergleich. Aber ich glaube, die Zuschauer an sich sind gar nicht mehr auf Le Mans, aber halt deutlich komponiert. Doch, sind sie. Ne, dort waren auch 240.000 oder so. Ja, letztes Jahr waren 170.000 und bei Le Mans waren 260.000 und dieses Jahr hat Le Mans noch nicht stattgefunden. Dieses Jahr hat Le Mans noch nicht stattgefunden. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch schon über 200.000 Nordschleife letztes Jahr. Echt? Wir gehen kurz gucken, studieren. Warte. Ne, ist ja, wir können das ja machen so, nicht, dass wir irgendwelchen Käse verbreiten. Ne, ist ja. 24 Stunden Nordschleife, 23 Besucher. Äh, 2024 waren 240.000. So, und 23 waren 235.000. 235.000. So, dann gucken wir mal nach Le Mans. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Das waren, glaube ich, noch mehr. Okay, also letztes Jahr waren 325.000. Also nochmal fast 100 mehr. Ja. Was aber auch, wie gesagt, das Ding hat, das ist so prestigerechtig, dass das erste riesige Rennen, was gemacht wurde, das hat 1900, ich glaube, 20 hat das angefangen, sowas in dem Dreh, und die Nordschleife wurde ja, kam ja erst ein paar Jahre danach, also, was eigentlich auch völlig egal ist, so, ne, aber die meisten Leute denken halt immer, dass Nordschleife das riesigste oder größte Rennen ist, ist es aber nicht. Aber du bist nicht so der Nordschleifen-Fan, oder? Hör ich so raus, so unterschwellig. Wieso? Weil ich Zahlen nenne und Fakten? Nein, aber generell so, du verstehst nie den Nordschleifen-Hype und sowas. Also, um das jetzt wirklich aus meiner Perspektive zu sagen, ohne das in irgendeiner Form negativ zu meinen, 2019 habe ich angefangen mit Sim-Racing und bin dann halt im GT-Sport gelandet und drei von vier Rennen, die Nordschleife waren, sind ausgefallen. Immer Red Flag, Nebel, Regen, such dir irgendwas aus. Das heißt, die ganzen Erinnerungen, die Menschen mit der Schleife gemeinsam verbinden und in den vielen Jahren davor für sich ja entdeckt haben, die habe ich einfach gar nicht. Für mich ist es einfach, pass auf, meine Erfahrung ist, dieses Jahr fünf Streams auf, Lieblingsfahrer alle rausgesucht, die Trackmap angemacht, alles angemacht, um dann festzustellen, es regnet, es nieselt, Rennerbruch. So, und das habe ich jetzt drei von vier Jahren gehabt. Es war bei, also, ich sage mal so, man kann das wahrscheinlich fixen, indem du einfach das 24er einfach verlegst, glaube ich, einfach ein bisschen mehr in den Hochsommer rein. Aber du hast wirklich zu diesem Zeitpunkt, du hättest nicht fahren können. Ich bin auch immer der Typ bei Formel 1, The Red Flag, ach, ist doch lächerlich. Aber ich habe wirklich, ich habe keine 25 Meter weit gesehen. Das war übrigens überhaupt gar kein Vorwurf an die Rennleitung, weil die hat genau die richtige Entscheidung getroffen. Ich würde zum Beispiel, wenn es irgendwo nur auf einem Stück regnet, würde ich die Leute auch nicht fahren lassen, weil ich das total bescheuert finde. Bei Sicherheit das A und O ist. Es gibt viele Menschen da draußen, die sehen das ganz, ganz anders. Ich halte von Regen überhaupt nichts und das ist für mich auch absolut geistesgestört. Gerade auf der Nordschleife ist es noch viel, viel schlimmer, weil du halt so einen Wechsel zwischen trocken und nass hast. So kann man feiern, ist alles tippitoppi, aber wenn man sich anguckt, wie viele Autos da abfliegen bei den Witterungen, weil nicht alle Pro-Fahrer sind, das darf man nicht vergessen, ist das halt völlig Banane so. Und das sind halt meine Erfahrungen, die ich mit der Nordschleife habe. Ich mag die Strecke, die ist wirklich top, aber ich kann diesen Kult aufgrund dieser Erfahrung absolut nicht nachvollziehen. Es ist ja dieselben, haben wir ja, wenn wir ins Simracing gehen, also Nordschleife, Nordschleife, du fährst mit 60 Mann in iRacing auf der Nordschleife, im Grunde genommen hotlapst du mit dir selber ab zwei, drei Runden. ACC ist unfahrbar mit 100, 120 Autos. Das heißt, da kann dieser Hype auch nicht entstehen. So, also ist für mich ja jetzt, wenn ich die alleine fahre, ja geil, ist cool, fährt sich, ist anstrengend, ist definitiv mit die schwerste Strecke der Welt, die längste Strecke der Welt. Aber diesen ganzen Hype kann ich persönlich nicht nachvollziehen. So, jetzt pass auf, andere Seite, letztes Jahr, 100. Le Mans, mein erstes Rennen, was ich persönlich besucht habe, das lief 24 Stunden. Ja, aber da kann ja keiner was dafür, das ist einfach nur die doofe, der doofe Standort. Ist es auch, ist auch überhaupt gar kein Vorwurf an die Strecke oder an die Rennleitung? Absolut gar nicht. Ich habe dafür vollstes Verständnis. Ich weiß auch, dass man das Rennen nicht verschieben kann aufgrund von, ja, datierten Terminen, die man ausgemacht hat mit anderen Rennorganisationen und die Fahrer untereinander, dass die, die müssen ja jetzt beispielsweise, die sind jetzt die Woche, sind sie in Le Mans, am Wochenende fliegen sie wieder zurück nach Zandvoort zum Trainingstag, dann fliegen sie wieder zurück und dann fliegen sie wieder nach Zandvoort. Und das muss ja auch alles koordiniert werden. Also ich mache da niemanden einen Vorwurf oder würde niemals auf den Trichter kommen und sagen, boah, das ist jetzt ein absolutes Käserennen deswegen so. Ich will halt nur, versuche den Leuten immer nur zu erklären, warum ich diese krassen Emotionen damit nicht habe. Ne, ja, verstehe ich auch. Also es sind auch gute Argumente, wo ich nichts dagegen sagen kann, aber ja, ich finde die Neuschleife einfach nach wie vor spektakulär. Ja. Einfach aufgrund ihrer Länge und du schaffst nie eine perfekte Runde, einfach, es gibt nicht die perfekte Runde auf der Schleife und das ist dann auch immer so ein Ansporn, so, dass du, ja, das ist auch, weiß ich nicht, auf einer anderen Strecke ist es nur Perfektion, alles passt immer und auf der Schleife ist es, oder auf der Schleife ist es sehr viel mehr, ja, noch mehr Skill oder sowas vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Skill ist, aber auch, ja, der Random Faktor ist teilweise ein bisschen höher, weil die Strecke einfach viermal so lang ist wie eine andere. Ja, es ist halt eine gefährliche Strecke. Ja, aber eine geile. Man könnte sagen, es ist der große Bruder von Barthurst. Ja, stimmt, so ungefähr. Ja, vor allem, da passiert es, die Strecke ist ja nicht nur lang, sondern selbst wenn die zwei Kilometer lang wäre, wäre sie ja trotzdem tödlich, weil du hast so viele Kurven, wo du wirklich am Limit fahren musst und wenn du da einmal die Grasnabel berührst, hast du ungefähr so viel Platz zur Leitplanke. Und dann ist es ja da schwer drin, deswegen, das ist, gehen so schnell. Oh, das ist schön. Man hat es ja gesehen. Ja, eben. 24er von uns. Wollte ich gerade sagen, ja, da siehst du halt nicht nur im realen Dem, sondern auch im E-Sports. Das geht echt zügig. Ja. Ja, das geht echt schnell. Noah, nachdem wir jetzt so ein wunderschönes Gespräch über die Nordschleife hatten, ich habe es jetzt, es ist ein bisschen spät, aber der Gast schließt immer die Folge ab. Ich weiß nicht, ob du damit, also nicht fein bist, aber ob du es weißt. So, jetzt weißt du es, du solltest die Folge abschließen, weil ich würde jetzt nämlich dieses wunderschöne Gespräch mit dieser unglaublich schönen Erfahrung, dich grinsen zu sehen, währenddessen du von dem Brennwochenende an der Nordschleife erzählst, würde ich das nämlich schön abschließen. Und das offen halten für eine weitere Folge, weil wenn man nämlich in der ersten Folge mal alles ausquackert, dann hat man nichts mehr für die zweite Folge, falls mal eine kommen sollte. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit heute. Das war wirklich sehr schön, dir zu lauschen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, finde ich es wirklich fantastisch, dass du in deinem Alter schon sehr weise bist und deine Eltern dir scheinbar wirklich was Gutes mitgegeben haben. Weil ich hätte was, man kann ja mal, man kann das ja sagen, ich hätte was anderes erwartet an manchen Stellen. Danke dir. Danke dir. Und das war absolut positiv heute. Was hättest du denn erwartet? Das erzähle ich dir in der zweiten Folge. Ah ja, okay. Und das war wirklich sehr schön, mich mit dir zu unterhalten heute und dich auch mal in einem Gespräch kennenzulernen und dir mal zu lauschen. an alle zuschauenden Menschen da draußen und schreibt einfach x Milliarden Kommentare. Nee, warte kurz, wir haben nämlich ein neues Minigame. Also Tim hat gesagt, wir machen 100, Tim ist aktuell, oh das, oh jetzt Noah, jetzt, jetzt, oh Noah. Tim ist aktuell, Tim ist aktuell Spitzenreiter mit den Kommentaren mit 290 Kommentaren. Was denkst du, kommt nach dieser Folge an Kommentaren, 290, Alter. Was denkst du, wird das hier? 164 war gesagt von Tim. Ach, 164? Ja, 164. Also 164 war quasi der zweite Platz. Nee, 164 hat Tim gesagt, dass wir 164 brauchen, jetzt sind es 290, das klammern wir aus. Denkst du, du kommst über die 164? Möchtest du dich mit Tim Heinemann anlegen und mit Nils Naujux? Ich möchte dich mit Tim Heinemann anlegen, vor allem allein wegen dieser Talentfrage, da wird schon jeder unten kommentieren. Die haben wir auch noch. einen Kommentar darlassen, wie viel Talent ich habe. Oder was heißt Talent von 1 bis 10? Ja. gesagt. Was sagst du? Bei wie viel gehst du rein? Ich sag, es werden 203. Ab 203, weil ich bin 2003 geboren und deswegen... Also Freunde der Sonja, Sie kennen's, 203 hat Noah gesagt. Also, an die ganzen Noah-Fan-Meile gucken wir, ob wir 203 Kommentare kriegen. Ich lese übrigens alle heute noch. Ich belieb. Ich beliebe. 203, okay, Tim Heinemann wird vom Thron verstoßen. Ich bin gespannt. Alrighty. Einfach kommentieren, das ist so schnell passiert, kostet nix. Das ist super geil. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach, 203 Kommentare zu schaffen. Es wäre einfach. Aber weißt du, was noch viel, viel geiler ist? Meine Community kriegt's immer hin, mit dieser Zahl wunderschöne Sätze zu bauen. Als ich letztens mit 203 über die Autobahn gefahren bin, habe ich sehr schnell festgestellt, dass das idiotisch ist, währenddessen ich diesen Podcast gehört habe. Solche Sätze sind wirklich fantastisch und dafür möchte ich mich bedanken, dass sie die auch mal schreibt. Aber ich würde es gerne abschließen und Noah die Bühne geben für die restlichen, also für die Schlussworte. Ja, also vielen Dank, dass ich hier in diesen Podcast eingeladen wurde. Ist auch, finde ich, immer cool so, dass man sich, so sage ich mal, ein bisschen mehr von sich selber zeigen kann, so freut mich dann auch immer ein bisschen. Vielen Dank an die ganzen Zuhörer, dass sie bisher geschaut haben. Ich beliefern euch die 200 Kommentare, die werden auf jeden Fall, die 203, werden auf jeden Fall geknackt. Vielen Dank an alle Sponsoren, an alle Zuschauer, die mich auf YouTube supporten und verfolgen und ja, war echt ein angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich auf Folge 2. Übrigens folgen sie Noah Eder auf YouTube und allen anderen Social Media Seiten, die ihr unten drunter findet. Ist wirklich ein fantastischer Typ, kann ich euch nur ins Herz legen. Hat das Herz am rechten Fleck. Ciao Kakao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020